Du kannst Ministerpräsident sein von einem Staat, der im Rüstenschef prozentual die Fingern hat. Du kannst Kardinal sein, schön feierlich und fett. Oder ein frommer Pfarrer, mit Zölibat und Doppelbett. Doch da kannst du nix mitnehmen. Nein, da kannst du nix mitnehmen. Jammer nur zum Teufel, frag einen lieben Gott und der sagt, hey, nix mitnehmen. Hey, du kannst ein Sportler sein, du hältst dich mit Isos starr. Oder bist ein fauler Hund und flachs lockert an der Isar. Hey, du kannst Börsenschwindler sein, wie mit Immobilien in der Schweiz. Oder Hausbesitzerin, zerfressen, fasst vom Geiz. Doch da kannst du nix mitnehmen. Nein, da kannst du nix mitnehmen. Nix mitnehmen. Winselt nur zum Teufel, frag einen lieben Gott und der sagt, hey, vergiss es. Nix mitnehmen. Der eine trinkt aus dem Mokkatas, der andere aus dem Humpen. Der eine geht in Seide, der andere geht in Lumpen. Der eine, der frisst hartes Brot, der andere Kaviar. Der eine fährt mit dem Radl und der andere Jaguar. Doch den darf er nicht mitnehmen. Nein, den darf er nicht mitnehmen. Und er bettelt zwar den Teufel und er winselt zum lieben Gott. Und der sagt, hey, nix mitnehmen. Nix mitnehmen. Hey, du kannst Experte sei für Panzer oder Flak. Oder drehst jeden Pfening an und bist ein geiziges Knack. Hey, du kannst im Superschwergewicht Boxwetmeister sei. Oder du hast einen Würstelstand, traust den Berg am Leim. Doch den darfst du nicht mitnehmen. Na, den darfst du nicht mitnehmen. Nicht mitnehmen. Und du winselst zwar zum Teufel, betest zum lieben Gott. Und der sagt, hey, nicht mitnehmen. Du kannst technisch fit sein, zum Beispiel Ingenieur. Oder Menschenkenner, Psychologe oder Friseur. Oder du kannst ein Popstar sein mit drei goldenen LP. Oder Fernsehquizmaster mit einem teuren Toupet. Hey, das ist ja so nett mitnehmen. Das ist ja so nett mitnehmen. Nicht mitnehmen. Jammert nur zum Teufel und fragt einen lieben Gott. Und der sagt, hey, vergiss es. Nicht mitnehmen.